Kameras am Arbeitsplatz, wie viel Überwachung ist erlaubt? Wie uns bei mir ist Akario, ist die Jasmin Heindl. Hallo Jasmin. Jasmin, was fällt denn alles unter Überwachung am Arbeitsplatz? Ja, man versteht darunter, wenn der Arbeitgeber technische Mittel zur Kontrolle der Arbeitnehmerinnen verwendet und da kann man etwa denken an die Videoüberwachung, an das Mithören von Telefonaten, das Mitlesen von E-Mails oder einfach die Kontrolle der Internetnutzung. Dürfen Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber ihre Angestellten, ihre Mitarbeiterinnen überhaupt überwachen? Das kommt ganz auf die Art der Überwachung an. Maßnahmen, die die Menschen würde verletzen, die sind absolut unzulässig. Das wäre zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber in WCs oder Umkleideräume filmen würde oder private Telefonate abhört oder private Nachrichten liest. Und Maßnahmen, die die Menschen würde berühren, die sind nur zulässig mit Zustimmung und zwar in Betrieben mit einem Betriebsrat muss immer der Betriebsrat zustimmen und ansonsten braucht es die Zustimmung der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und als Beispiel kann hier genannt werden das Mithören von dienstlichen Telefonaten oder eben das Lesen dienstlicher Mails. Welche Arten von Überwachung sind denn erlaubt? Hast du da ein paar Beispiele? Ja, also da kann man zum Beispiel denken an eine Stechuhr für die Erfassung der Arbeitszeit oder auch an Vorgaben des Arbeitgebers für Betriebsmittel wie etwa den Laptop oder das Diensthandy oder auch die Verpflichtung zum Tragen eines Ausweises im Betrieb. Das ist erlaubt. Und was wäre verboten? Verboten sind etwa die Überwachung zur Mitarbeiter- und Leistungskontrolle, ein uneingeschränktes permanentes GPS-Tracking oder auch die unbegrenzte Speicherung von personenbezogenen Daten. Aber auch etwa Telefonabhöranlagen oder Leibesvisitationen. Das geht nicht. Diese Liste ist natürlich nicht abschließend. Daher in Zweifelsfällen empfehlen wir den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sich beim Betriebsrat der Gewerkschaft oder der AK noch zu informieren. Jetzt gibt es ja, wenn man so in den Medien liest, immer wieder Fälle von Videoüberwachung am Arbeitsplatz. Wie viel ist denn da erlaubt? Wo ist da die Grenze, wo es dann vielleicht auch nicht mehr erlaubt ist? Ja, also bei der Videoüberwachung kommt es ganz darauf an, warum und was gefilmt wird und wie intensiv damit der Eingriff ist. Also bei der durchgehenden Videoaufnahme eines konkreten Arbeitsplatzes ohne der Möglichkeit hier irgendwo hin auszuweichen, das ist absolut unzulässig. Wenn jetzt ein Arbeitsplatz gefilmt wird, aber ich habe gute Ausweichmöglichkeiten und werde somit auch nicht ständig gefilmt, dann braucht es die Zustimmung vom Betriebsrat oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und wenn jetzt zum Beispiel nur der Kundinnenbereich gefilmt werden würde und es somit ein geringer Eingriff ist von der Intensität her, das wäre erlaubt für den Arbeitgeber. Können einzelne Beschäftigte eine Überwachung ablehnen? Also primär empfehlen wir mal sich an den Betrieb zu wenden, wo es einen gibt und ansonsten kann man schon sagen, dass bei Maßnahmen, die die Menschenwürde berühren, die darf ich ablehnen als Mitarbeiterin und wenn es hier Fragen gibt, berät die AK dazu gerne. Wenn ich das Gefühl habe, bei mir im Betrieb, da gibt es jetzt eine illegale Überwachung, was mache ich dann? Also der Arbeitgeber kann zunächst einmal schriftlich aufgefordert werden, die illegale Überwachungsmaßnahme zu entfernen und Daten, die er dadurch erlangt hat, zu löschen. Wenn er das nicht tut, dann kann man die Datenschutzbehörde anrufen und eine Klage bei Gericht einbringen. Alles klar, das heißt, da hat man doch ein paar Optionen. Lieber Jasmin, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise und für dich, wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, lass ein Like da, abonniere unseren Kanal. Wir sehen uns und bis bald!